Niedersachsen will Elbfähre unterstützen. Die niedersächsische Landesregierung setzt sich für eine Fährverbindung über die Elbe zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein ein. Es gibt mehrere ernsthafte Interessenten, die sich den Betrieb einer Fährverbindung dort vorstellen können, teilte das Wirtschaftsministerium in Hannover mit. Bis Ende des Jahres soll nun eine Studie erstellt werden, mit der die Kosten und Realisierungschancen für eine solche Verbindung ermittelt werden sollen. Das Land Niedersachsen könne den Bau eines Fähranlegers in Cuxhaven unterstützen. Eine Finanzierung des laufenden Betriebs einer Fähre sei aber nicht denkbar.